Oh und damit willkommen zurück zu Red Dawn. So, in dieser Mission wird man in den Orcaver-Probe fliegen. Ich muss zusammen Probe fahren. Komm mal mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh, dass die Grandirenen hier nicht mitmachen, das ist ein bisschen blöd. Kann ich jetzt nicht gerade so begrüßen. Na, da kommen wir auch schon. Perfekt. Du willst mich hinten komplett dicht machen. Aha, da kommen die Schweinebacken wieder. Ja, mit überfahren haben sie es auch nicht. Ist nicht so deren Stärke. Obwohl dem Befehl dazu gibt es, dass sie überfahren sollen, machen sie es trotzdem nicht. Und der Strom. Gut, kommt wieder von da. Erstmal ein bisschen was mit der Verteidigung machen. Er hat es hier eine gerade Linie mit Wachtürmen. Naja, richtig. Da war ja was. Genau, Artillerie zerstört mit der Panzer. Was ist mit euch? Seht aber zu. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Das war klar. Das war ja unbedingt hier eine Verteidigungslinie. Ich bin gerade ein bisschen zu kriminell. Ah, das wird nix. Boah, ich bin dringend. Ah, das geht auch nicht. Ich muss hier noch einen Turm bauen. Ja, nach dass die Wachtürmer nicht so viel ziehen können an Fahrzeugen. Hier, schnell ein Geräusch. So, Panzer wurde zerstört. Mach mir ein ladender Licht. Ja, Sir, du hast es. Konstrukture complete. Klaufer mit. So, Orca. Ja, einen Durchgang muss man trotzdem noch hier lassen. So, ich packe nochmal auf eins und greife sofort mal an. Zwei Orca müssen erstmal hier reichen. Und am besten sechste Sammler. Aber selbst die sechste Sammler würden dir nichts bringen. Na genau. Neue Orca schrotten. Na, erstmal Kraftwerke. Dann hier hin. Dann hier hin. Was ist jetzt so dämlich oder was? Anscheinend. Gebt denen direkt einen Befehl und die greifen das nicht an. Das ist super geil. Macht Spaß. Naja, müsste drum sterben. Wie immer muss man hier nachhelfen. Damit Ah ja, jetzt kommt der kniffligste Part überhaupt. Das war ein Stück von der Basis übernehmen. Ist auch nicht gerade so leicht. Weg. Weg. Drei Ingees brauchen wir dafür. Zwei APCs. Das war ein bisschen vorsichtig herangehen an der Sache. Aber wenn es um deren Bau geht, kennen die gar keinen Spaß. Warte mal erstmal noch ein Humvee bauen. Zur Sicherheit. Das Tiberiumfeld hier unten am Lager direkt, das will ich nicht haben. Ich würde ganz gerne aus Tiberiumfeld nehmen, was hier unten so am Dorf wächst. Das ist nämlich ganz schmackhaft hier. Das ist nämlich ganz schmackhaft. Das ist nämlich ganz schmackhaft. Das ist nämlich ganz schmackhaft. Ja. Ja, Herr. Das ist ganz schmackhaft. Perfekt. Zwei kleine Panzer, dagegen kann ich nichts ausrichten. Das schafft kein Hambi, außer der hat Raketen oben drauf. Jetzt dauert das Sammeln wesentlich länger. Direkt hier vorne ist die Notbasis. Es wird auch kein Zuckerschlecken werden hier, aber wir wagen uns mal hier ran. Zonk, zonk, zonk. Na haut mal ab. Dann doch eher die Raketensoldaten nehmen. Boah, ich hoffe wir kommen jetzt mit dem Ingenieur hier durch. Das ist immer so eine spannende Phase hier. Genau, gehen wir nicht rein. Natürlich. Jetzt wollen sie mich auf jeden drauf gehen. Basis unter Beschuss, das ist immer böse. Okay, wenn er zurückkommt, ist das auch nicht schlimm. Meine Orca, scheiße, ich hab die nicht... Da hab ich ein bisschen vertan. Genau, komm du mal zurück, dich brauch ich auch. Hä? Hä? Was ist denn mit dir denn los? Acknowledge, acknowledge. Report, acknowledge. Affirmative, acknowledge. Alles klar. Yes sir, acknowledge. So, anheilen. Acknowledge. Affirmative. Guck mal, da ist auch noch was. Affirmative. So, hier können wir ihn dann wieder rausschicken. Acknowledge. Affirmative. Human, ready. Acknowledge. Acknowledge. Affirmative. Affirmative. Acknowledge. Acknowledge. Das ist doch immer schön, wenn er macht, was er möchte. Acknowledge. Affirmative. 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 Acknowledge. 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 Yes sir, Firmative. Are you hearing, Firmative? Affirmative. Da past 5? Unittress. Unittress. PDC, pas십. Erbaut nichts mehr. Das ist aber merkwürdig. Yes sir. Train. Things dressed. First mal Strom abschalten, dass der Obelisk uns nicht erreichen kann, bekommen wir das Geld? Nö. Kommt gar nichts geschenkt. Nix, nix, nix. Das ist nicht schlimm. Greif mal ruhig an. Mal vergessen. Ja, geht aber einfach rein, Kollege. Komm, weiter bauen, weiter bauen, weiter bauen. Warum baut mir keine Leute mehr? Das hat ein Agnimmäum. Ja, ich habe einen Gnimmäum. Ja, ich habe einen Gnimmäum. Dann kann ich mal trotzdem schicken. Ça proof ist. Schrecklich auf mich! Na, mal gucken wir mal. Noch ein paar Panzer hier rumstehen. Leck mit den Rotz. Weg damit. Mitkommen. Ah ja, greift mir ruhig nicht an. Alles gut. Geht weg, Sir. Kiegt mich. Affirmativ. Ich habe es. Ich habe es. Wo haben wir denn alles? Ist hier noch irgendwas? Können wir euch ja rausmachen. Noch den Sammler hier platt. Nicht ein Problem. Ja, Sir. Acknowledge. Mission accomplished. Joa, geht doch. Zwar ein bisschen anders aufgestellt von der Mission her hier, aber im Prinzip ist meistens immer dasselbe. Vorauf übernehmen. Und dann ganz Energie platt machen, dann kommt er auch locker rein. Na, komm. Ah, zu viel Geld hatten wir ja auch nicht mehr. So, einmal eintragen. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.